Willkommen zum KEBA Job Report. Heute geht es bei uns um den Beruf des Key Account Managers und das ist ein Job für kommunikative Kundenbetreuer mit Liebe zur Technik. Der Key Account Manager bei KEBA betreut bestehende Kunden und akquiriert Neukunden vom Erstkontakt bis zum Vertragsabschluss. Also so einen typischen Tagesablauf gibt es da eigentlich nicht. Das ist sehr kundenspezifisch. Je nach Kunde kann es passieren, dass man mal auf Dienstreise ist oder auch mal einen Tag im Büro, aber genau das macht eben auch den Beruf spannend, dass eben nicht die Routine reinkommt. Ein Key Account Manager bei KEBA arbeitet entweder im Geschäftsbereich der Industrieautomation, im Bank- und Dienstleistungs-Automationsbereich oder in der Energieautomation. Wichtige Voraussetzungen für diesen Beruf sind, dass man internationale Erfahrungen mitbringt, technisches und kaufmännisches Verständnis mitbringt und eine gewisse Reiselust kann natürlich auch nicht schaden. Die schönsten Momente in meinem Beruf sind, wenn man dem Kunden bei der Lösung seines Problems helfen kann und wenn der Kunde in der Folge dann erfolgreich durchstattet. Erinnerung.